leute der typisch geistig krank im kopf habe ich das gefühl ich weiß nicht warum ich habe diesen mann nichts getan und er bezeichnet mich als alkoholiker und sonstwas und was er nicht alles geäußert hat nun unterdrücke ich hier meine kommentare auch hier auf diesem video dass er so nicht reinschauen kann was ich mache so aber mich freut es euch wieder so zu begrüßen zu dürfen auf dem youtube channel kanal live wir gehen wieder unseren gewohnten gang und somit hat sich das ganze auch dann erledigt in diesem sinne viel spaß bei meinen neuen videos ich begrüße euch und nichts wie ungut wie es mir da ging es tut mir leid da könnt ihr nichts dafür in diesem sinne tschau servus